Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Lieser von OptionsUniversum und ich möchte heute mal einen kurzen Einblick in eine der wenigen echten Alternativ-Plattforms für Optionshändler, Alternativen zu Interactive Brokers und Resellern geben. Liebe Zuschauer, unser größter und wichtigster und auch nach wie vor, wie soll ich sagen, uns zuverlässig begleitender Broker ist Interactive Brokers zusammen mit seinen Resellern, CupTrader, Lynx und Banks und sicherlich noch den einen oder anderen, den es sonst so gibt. Die Plattform ist üblicherweise die Trader Workstation, es gibt auch alternative Plattformen, es gibt Software, mit der man sich Daten von dieser Schnittstelle oder Plattform ziehen kann, aber alles ist im Prinzip, läuft auf eine Weise unter einem Dach zusammen oder basiert auf einer Technologie und die ist von Interactive Brokers und schlussendlich haben wir alle auch dort oder fast alle dort unser Konto oder unser Hauptkonto. Die Frage ist, was gibt es denn für Alternativen? Es gibt ein paar und auch nicht erst seit heute, das heißt, das Video, was ich jetzt mache, ist sozusagen nicht die absolute brandneue Nachricht, aber der eine oder andere hat vielleicht schon mal davon gehört, von der Tastyworks Plattform, aber hat sie noch nie benutzt. Und ich benutze sie so ein bisschen, ich teste sie so ein bisschen aus mit kleinem Geld und möchte einfach mal ein paar kurze Einblicke geben. So, liebe Zuschauer, was wir hier sehen, ist also die Tastyworks Plattform, ich habe also ein Konto eröffnet mit kleinem Geld und das ist eine Plattform, die kann vom Prinzip her all das, was andere Plattformen auch können, sie ist aber von der Philosophie oder vom Konzept her ziemlich anders aufgebaut. Ich sehe hier meine Positionen, offenkundig habe ich sechs respektive sieben Underlines, oben Gold, aber die beiden Gold Futures getrennt aufgeführt und davon jeweils die Futures Options. Ich kann das also aufklappen, da sieht man, was es für Positionen gibt. Dann hier noch ein paar Equity und ETF Basiswerte und jeweils Optionen, teilweise habe ich auch zum Beispiel hier auch Long Stock Plus Optionen und so weiter und so weiter. Was ist gut, was ist weniger gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Trader Workstation von Interactive Progress nun seit buchstäblich 15 Jahren und habe sicherlich dort noch mehr oder kenne mich besser aus als mit diesem Produkt hier von Tastyworks. Aber Tastyworks hat ein paar Ideen, die mir ganz gut gefallen. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich nehme jetzt einfach mal einen neuen Basiswert. Die Zoom-Aktie kennt ja jeder von den entsprechenden Zoom-Meetings, die ja in den Corona-Zeiten sozusagen allgegenwärtig sind. Auch wir von Options-Universum machen unsere Webinare ja mit Zoom. Hier sehen wir jetzt die Option-Chains, also es dreht sich wirklich alles bei dieser Plattform um Options. Wirklich Optionen, es sind wirklich das A und O. Ein paar sehr kleine Details sind mir gut gefallen. Hier sieht man das kleine E wie Earnings. Das heißt, ich muss nicht immer großartig rumfummeln, rumsuchen, was sind denn jetzt die Earnings, sondern hier ist es eindeutig klar, anhand der besten Informationen, die verfügbar ist, welche Optionen vor dem Earnings-Termin verfallen und welche erst danach. Und das finde ich halt sehr praktisch. Dann kann ich hier die Option-Chain entsprechend aufklappen und kann jetzt hier einfach Trades zusammensetzen. Das geht im Prinzip, wie man es kennen würde. Also ich könnte jetzt zum Beispiel einen verkauften Spread mal aufsetzen. Der Basiswert steht bei etwa 280. Das heißt, ich kann jetzt, hier sehe ich dann auch eine Farbmarkierung. Ich mache jetzt einfach mal irgendeinen beliebigen Trade auf. Ich verkaufe einen Put-Spread. Also ich verkaufe den 220er Put und ich kaufe den 190er Put. Das ist einfach mal relativ willkürlich. Laufzeit Mitte August. Also etwa, hier steht 39 Tage. Das ist immer alles sehr, sehr gut sichtbar. Sehr gut, sehr griffig eigentlich. Und jetzt kaufe ich also meinen Long-Put, sodass die ganze Sache ein Put-Spread wird. Dann wird mir schon von vornherein angeboten. Meistens, muss ich sagen, nicht immer wird der Mitpreis schon angeboten. Und ich kann jetzt die Order entsprechend sozusagen auf die Reise schicken. Ich kann hier an den Preis noch umschrauben. Alles ganz normal. Es gibt auch ein paar sehr spannende Sachen. Also hier würde jetzt die Order Preview das letzte Mal draufschauen. Margin kann man sich ja hier anschauen. Um wie viel wird sich die Margin entsprechend ändern bei diesem Trade? Das ist natürlich Regulation T-Margin. Das folgt dem ganz normalen Regelwerk entsprechend. Jetzt mache ich jetzt mal diese... Ne, die Order mache ich nicht weg. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich das nicht tue. Wir machen nämlich jetzt folgendes. Wir gehen jetzt in einen anderen Basiswert. Jetzt suche ich mir mal noch NVIDIA. Auch sozusagen der letzte Schrei mal wieder am Aktienmarkt. Alle wollen NVIDIA und so weiter. Ich übertreibe ein bisschen, aber meint einfach einen sehr gut gelaufenen Wert. Auch hier setze ich jetzt mal einen Trade an. Ich öffne also eine dieser Option Chains. Hier gehen wir jetzt mal den Nacht hinter die Earnings. Der Wert steht bei 425 und jetzt gehen wir einfach mal irgendwo hin. Ich verkaufe... Ich mache mal das einfach das Gleiche. Ich verkaufe einen Put und kaufe einen Put mit tieferem Strike, sodass ich jetzt also einen verkauften Put-Spread erzeugen würde. Und mache auch hier die Order fix. Und ich könnte sie jetzt senden. Der Markt ist dann noch nicht offen. Ich könnte es auch tatsächlich senden. Das mache ich aber jetzt mal nicht, sondern ich möchte es auf was anderes hinaus. Ich habe zwei Orders vorbereitet, die aber noch nicht abgeschickt. Jetzt kann ich irgendwelche anderen Tätigkeiten machen und die Orders in diesem jeweiligen Basiswert sind immer noch vorhanden. Ich gehe jetzt wieder zurück zu Zoom und gehe auf Trade. Und der Trade, den ich vorhin vorbereitet habe, aber noch nicht abgeschickt habe, der ist jetzt noch verfügbar. Den kann ich also jederzeit abschicken. Das finde ich also wirklich ganz, ganz geschickt. Selbst der Mitpreis von vorhin ist noch vorhanden. Das heißt, er merkt sich diese Order inklusive des einmal festgelegten Mitpreises. Das finde ich sehr praktisch. Und noch ein sehr, sehr praktisches Feature. Wer Tasty Trade kennt, sozusagen der geistige Vater, nenne ich es jetzt mal von Tastyworks. Also die hängen auf jeden Fall alle zusammen. Die wissen ganz genau und das hören sie auch von Optionsinversum immer und immer wieder. Es ist eine gute Idee, als Stillhalteroption nicht bis Verfall zu halten, sondern mit einem Gewinnziel vorher glatt zu stellen. Zum Beispiel 50% des Max Profits. Und jetzt simuliere ich das einfach mal. Da gibt es nämlich ein Feature, das macht einem das sehr, sehr leicht an dieser Sache. Ich würde jetzt einfach einen von diesen Shortputs, den ich hier irgendwie offen habe, den möchte ich, da mache ich eine gute Cancel Order, um diese Shortput zurückzukaufen, wenn er die Hälfte seines Wertes verloren hat, zu meinem Gunsten. Also 50% Max Profit sozusagen als Limit Order. Wenn ich jetzt mache Close Position, ich kann hier jetzt gehen auf Close Profit. Das finde ich sehr schön für Leute, die von vornherein vorhaben, vorher glatt zu stellen. Ich kann meine Profitmarke voreinstellen, zum Beispiel 50% Max Profit. Das wird oft kommuniziert von Tasty Trade. Ich kann aber auch was Kleineres oder Größeres wählen, 30% Max Profit oder manche sagen 80% ist alles möglich. Und dann wird die Order entsprechend vorbereitet. Jetzt gehen wir hier unten, wird auch in Snap eine Order vorbereitet und 50% oder 80% Max Profit wäre ein Rückkaufpreis, in dem Fall von 13 Cents. Das finde ich alles sehr praktisch, jetzt kann ich diese Order entsprechend. Und es ist schon Good Till Cancel voreingestellt. Also gewünschtes Profitziel und Good Till Cancel ist alles voreingestellt. Das finde ich extrem schlau, ein extrem schlaues Detail. Und auch hier gilt jetzt wieder, ich habe jetzt drei Orders live hier sozusagen eingerichtet, aber noch nicht am Markt. Und wenn ich jetzt wieder in die Order von Zoom gehe, die ich als erstes gemacht habe, die Order ist immer noch ganz normal so vorhanden, wie ich es vorhin hatte. Der Limitpreis, den ich setzen wollte oder gesetzt hätte, wenn ich die Order aufgegeben hätte, ist immer noch genau dasselbe und bei Nvidia auch. Das heißt, ich kann für diese ganzen Basiswerte unabhängig Orders bedienen. Ich finde das alles sehr, sehr praktisch. Es gäbe noch sehr, sehr, sehr viel zu berichten über die Tastyworks Plattform. Vielleicht noch so viel. Sie versuchen wirklich den Trading Markt und Optionsmarkt ein bisschen zu revolutionieren. Sie haben sogar eigene Basiswerte geschaffen. Auf die gibt es bis jetzt nur Futures und keine Optionen. Aber das sind sehr, sehr kleine Micro-Futures auf einen breiten Aktienkorb, auf Edelmetalle, auf Währungen. Und ich finde das wirklich, wirklich spannend, was sie machen. Hier auf diese Basiswerte, das ist die Small Future 75 mit 75 Aktien, so wie ich das verstehe, gibt es noch keine Optionen. Es gibt nur die Futures. Dann gibt es Precious Metal. Dann gibt es Forex, also ein Forex Basket sozusagen. Das heißt, man versucht wirklich, den Optionsmarkt so ein bisschen aufzumischen oder allgemein erst mal den Markt aufzumischen. Das sind ja erst noch Futures. Und es muss auch nicht alles ein Erfolg sein. Es kann auch sein, dass wir das eine oder andere nicht handeln. Aber allein die Tatsache, dass hier jemand einfach ein bisschen hingeht und mal neue Dinge macht, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und wie gesagt, ich spiele mit diesem Konto seit, man kann es wirklich sagen, ich spiele damit rum. Also angemeldet habe ich schon vor anderthalb Jahren und richtig aktiv wurde ich Mitte letzten Jahres in unserem Stammtisch in München. Habe ich das auch schon mal das eine oder andere mal gezeigt. Ich glaube, andere haben es auch gezeigt. Also das ist nur eine wachsende Alternative. Ich würde noch nicht sagen, dass ich jetzt meine ganze berufliche Existenz oder ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich mein ganzes Geld auf dieses Konto überweise. Aber es ist halt einfach eine Alternative. Ich erwähne auch gleich die zwei Hauptnachteile. Das eine ist ausschließlich Abrechnungen in US-Dollar. Und dann der Geldtransfer ist ein bisschen komplizierter als zum Beispiel bei Interactive Brokers. Aber man kann, wenn man bei Interactive Brokers ist, auf sehr leichtem Wege Geld von dem eBay-Konto zu Tastyworks und sicherlich auch zurücktransferieren mit einer inneramerikanischen Überweisung sozusagen, um das mal so zu nennen. Das ist also relativ einfach. Die Gebühren sind recht niedrig, vielleicht nicht ganz die niedrigsten, aber sie sind sehr, sehr erschwinglich. Insbesondere spannend finde ich. Ein Optionskontrakt kostet einen Dollar. Und nur bei der Öffnung der Position, das Schließen einer Position ist kostenlos. Allerdings die Börsenplatzkommission von einigen Cent muss man zahlen. Aber das ist wirklich, wirklich sehr günstig. Die Margin-Regelwerke werden angewandt wie andernorts auch. Auch eine Besonderheit für Portfolio-Margin, das offizielle Minimum von 100.000 reicht bei Tastyworks nicht aus. Sie haben einen großen Abstand eingebaut. Das waren teilweise, war es eine Viertelmillion. Ich glaube, dann haben sie es ein bisschen gesenkt auf vielleicht 150.000. Bin mir nicht mal ganz sicher, was da der Stand ist. Dieses Konto, wenn man sieht, ist erheblich kleiner. Und es ist auch sozusagen ein Testkonto. Ich meine, es läuft ganz gut. Es macht ein bisschen Arbeit, mit dieser Summe Geld zu verdienen. Wie das halt so ist, je größer, je besser. Aber es ist, finde ich, ein schöner Anfang und man gibt sich wirklich Mühe, da ein wirklich gutes Produkt auf die Beine zu stellen. Und ich kann nur sagen, viel Erfolg an Tastyworks. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zuschauer dieses Videos ja auch. Ja, liebe Zuschauer, das war mal ein kleiner Einblick in Tastyworks. Eine echte Alternative. Noch ist hier klein. Nicht nur mein Konto ist klein, sondern vielleicht sind auch die Möglichkeiten von Tastyworks noch nicht ganz so groß wie die von anderen Brokern. Man kann definitiv nur in den USA handeln. Man kann also nicht an die Eurex gehen. Man kann aber auf jeden Fall Equity und Index handeln. Man kann auch definitiv Futures Options handeln. Also bei mir ist zum Beispiel Gold offen. Ich habe auch die E-Minis schon gehandelt mit diesem Konto. Das ist sicherlich alles möglich. Portfolio Margin, wie gesagt, geht auch. Mit höheren Limits, aber es geht. Und ich werde mich darum bemühen, diese Plattform noch wesentlich besser kennenzulernen, als es im Moment der Fall ist. Auf jeden Fall, wer für sein Geld ein zweites Standbein sucht, der hat zumindest hier mal so eine Idee für eine weitere Alternative. Es gibt noch weitere Broker. Vielleicht werden wir in einem anderen Video noch eine weitere Alternative vorstellen. Dann bin ich am Ende dieses Videos und wenn dir das gefallen hat, freue ich mich wie immer über positives Feedback für uns. Sie können dieses Video liken, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube wird es ja gepostet. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olaf Lieser. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf Lieser.